Heute machen wir Pizza. Meine Schwester ist auch dabei, Alina, die kennt ihr ja schon von einem anderen Video. Und hier sind die Zutaten. So, jetzt werden wir mal den Teig auseinanderrollen. Wir sind heute zu viert, denn wir machen heute nur einen Spieleabend und deswegen bereiten wir gleich zwei Pizzen vor. Was ist die Pizzen? Patti. Patti. Schiebenschneiddi. Oh, ich esse ein Verpackung rein. Entschuldigung, aber es schmeckt auch nicht anders. Man kann auch. Das ist bloß eigentlich schon. Das darf ich kurz da hin? Das ist der Schöner. Aber die Abschiede weiße Schuhe, oder? Ich habe es halt. Die Abschiede weiße Schuhe. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. So, ich habe's 1,5 Liter Zeit. Hi Leute, wir nehmen euch jetzt heute Abend noch ein bisschen mit und heute machen wir noch einen Spieleabend, zeigen wir euch dann noch ein bisschen was jetzt so los ist und meine Schäfte war heute noch beim New Yorker shoppen und sie zeigt euch heute ein bisschen von ihrer Shopping-Ausgleiche. Yes! Wuhu! Also einmal ein basic schwarzes Kleid für 12,99 Euro, was aber schon dreckig ist, das muss erstmal in Mischung. Dann haben wir nochmal ein basic schwarzes Kleid, aber mit Spaghetti-Trägern, auch für 12,99 Euro. Dann das gleiche Kleid nochmal in Rot und tatsächlich nochmal in Grün. Und noch ein Zweiteiler, einmal die große dazu für 10 Euro und das Oberteil dazu für 15 Euro. Also, in diesem Sinne, guten Appetit! Wie ist die Thunfisch? Und Teig? Weich! Ich bin, du bist im Saal SGBA und das Ei. Ich bin, du bist im Saal SGBA. Ich bin, du bist im Saal, du bist am Kinexin und du bist im Saal-Nahak-Kar.